Während Deutschland der Atomkraft den Rücken kehrt, investieren andere Länder weiter in die Kernenergie. Und es gibt eine neue, deutlich sichere Technik. Thorium-Reaktoren. Sind sie vielleicht eine viel einfache Lösung zur klimaneutralen Produktion von Energie? Wie funktionieren diese Reaktoren? Wie effizient sind sie? Und wo liegt der Haken? Herzlich willkommen bei Clixoom Science & Fiction! Und danke für den spannenden Themenvorschlag auf WhatsApp. Ein hochaktuelles Thema. Anders als in gewöhnlichen Kernreaktoren wird in Thorium-Reaktoren nicht Uran, sondern Thorium verwendet. Und das ist in der Erdkruste drei- bis viermal häufiger zu finden als Uran. Doch es ist nicht gleich für die Kernspaltung verfügbar, denn zunächst muss es erst einmal in das Isotop Uran 233 umgewandelt werden. Das geht durch die Aufnahme eines Neutrons und weitere Zwischenstufen in einem Atomreaktor. Das Isotop Uran 233 spät besteht aus 92 Protonen und 141 Neutronen, lässt sich super spalten und liefert dabei etwa so viel Energie wie das natürlich vorkommende Uran 235, mit dem gewöhnlicherweise die Nuklearwirtschaft arbeitet. Doch der deutliche Vorteil des Uran 233 ist, dass weniger Material im Endlager landet. Denn es entstehen weniger hochradioaktive Abfälle. Der größte Teil muss nur noch etwa 300 Jahre lang hochsicher gelagert werden. Wow, das ist wirklich ein Hammer-Fortschritt. Denn neben größt anzunehmenden Unfällen, sogenannten Gauss oder Super-Gaus wie in Japan in Fukushima, ist Atommüll das zweite riesige und bisher ungelöste Problem der Kernenergie. Die Befürworter werden nicht müde zu betonen, dass Thorium-Reaktoren Energieprobleme weltweit lösen könnten. Und dabei sei das Risiko noch nicht einmal besonders hoch. Im Gegenteil, denn in den Flüssig-Salz-Reaktoren, in denen Thorium verwendet wird, das ist dort nicht fest, sondern in einer Salz-Schmelze gelöst und die ist direkt auch für die Kühlung zuständig. Die Visionen waren deswegen schon immer groß und zum Teil sehen sie es heute noch. Doch der Physik-Nobelpreisträger Carlo Rubia hatte ausgerechnet, dass eine Tonne Thorium so viel Energie enthalte wie etwa 200 Tonnen Uran und das Vorkommen reiche für mehrere Jahrtausende. Doch um solche Thorium-Reaktoren zu entwickeln, wird es noch einige Zeit dauern und eine Menge Geld kosten. Und wenn es dann soweit ist, hätte das gegebenenfalls fatale Folgen für die Welt. Denn so würden dann Nuklearwaffen auch in Ländern verfügbar sein, die politisch und gesellschaftlich eher instabil sind. Damit wäre die Schwelle Atombomben zu produzieren viel niedriger und es könnten deutlich mehr Bomben in deutlich mehr Ländern gebaut werden. Und es wäre auch für Terroristen viel leichter an sie zu kommen. Indien besitzt zum Beispiel große Thoriumvorkommen und möchte die Kernkraft stark ausbauen, um innerhalb kürzester Zeit unabhängiger von Uranimporten zu werden. Auch China ist an diesem Ziel dran. Insgesamt will die Regierung in Peking 3,3 Milliarden US-Dollar ausgeben, um zwei Thorium-Reaktoren in der Wüste Gobi zu entwickeln. Dazu die South China Morning Post. Die Technologie kann theoretisch mehr Wärme und Strom erzeugen als bestehende Formen von Atomreaktoren, die Uran verwenden, während sie nur ein Tausendstel der radioaktiven Abfälle produzieren. Die Reaktoren sollen unterirdisch gebaut werden. 12 Megawatt soll die erzeugte Wärme erreichen, die dann zur Stromerzeugung dienen soll. Aber auch im militärischen Bereich ist diese Technologie für China höchst spannend. Geplant sind Kriegsschiffe, die solche Reaktoren in sich tragen. Einige Experten und Expertinnen warnen scharf vor der Entwicklung der Thoriumreaktoren, weil sich so eben auch neuartige Atombomben basteln ließen. Ja, schon im Kalten Krieg hatte man herausgefunden, dass sich Uran-233 hervorragend als Bombenstoff eignen würde. Somit warnen einige davor, dass Thoriumreaktoren zur Produktion von Waffenmaterial genutzt werden könnten. Als eine sorgenfreie Atomenergie der Zukunft kann man Thoriumreaktoren aufgrund dessen auf gar keinen Fall bezeichnen, sie würden die Erde zu einem deutlich unsicheren Ort machen. Wenn ihr keine Videos zur Entwicklung in diesem Bereich und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, denn dann verpasst ihr absolut kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Einfacher hier draufklicken und ihr habt die unzuverlässige YouTube-Abo-Box ausgetrickst. Und am besten auch meinen Schwester-Kanal Klicks um Social Media abonnieren, da gibt es das Neueste aus der Social-Media-Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die Glocke vergessen, genau, hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. So wäre ein Atomkrieg. Bis dann, bleibt dran!